Ich zeige euch heute mein Sternzeichentuch für den Widder und wer es nachstricken möchte, findet das Video dazu auf meinem YouTube-Kanal. Ich selber habe es mir schon in total vielen Wollen nachgestrickt, denn es ist eines der schönsten Blattmuster, die ich kenne. Es wird von der Spitze her gestrickt, als normales Dreiecktuch und so wird es auch getragen, einfach um den Hals schlingen und gerade oder ein bisschen asymmetrisch, wie euch gerade danach ist. Und hier seht ihr es auch ausgebreitet in der vollen Größe. Es ist wirklich ein super schönes Blattmuster. Und je nachdem, welche Wolle ihr verwendet, steuert das natürlich die Größe der Blätter.